Sie hören Die Flamme der Freiheit Die deutsche Revolution 1848-1849 von Jörg Bong Unter redaktioneller Mitarbeit von Simon Elson Gelesen von Timo Weissschnur Ein Hörbuch des Argon Verlags Emma Herweg, die revolutionäre Frau Tausende haben Herwegs revolutionsfeurige Poesie gelesen Aber nur eine liest sie so intensiv, dass sie sich erst in die Worte und dann in den Autor verliebt Eine außergewöhnliche 24-Jährige ist das, aus großbürgerlichem Magdeburger Hause Emma Siegmund Herweg ist die Antwort auf meine Seele, schwärmt Emma Die um sie herumscharwenzelnden zahlreichen Verehrer sind für sie Beamtenseelen, Menschenware, Schufte, Philister, liberales Pack, Schöngeister, Windbeutel, Esel, entmarkte Gesellen, Höflinge, Speichellecker Für sie muss es mindestens ein Revolutionär sein, schließlich ist sie selbst Revolutionärin Tochter eines durch Seidenhandel reich gewordenen jüdischen Kaufmanns und Hoflieferanten Ist sie hochgebildet und mehrsprachig Sie komponiert, spielt Theater, dichtet und zeichnet Doch das musische Leben einer Bürgerstochter aus gutem Hause reicht Emma nicht Was sie interessiert, die Freiheitsbestrebung in Italien und Polen Sie schießt mit Pistolen, reitet rasant, badet nackt im nächtlichen Meer Sie raucht ständig und bietet Männern Paroli Oft überhaupt kommt es mir vor, als glaubten die Männer, wir wären nur zum Vergnügen in der Welt, zum Spaß für sie Und das ist der Punkt, der mich rasend machen könnte Elektrisiert liest sie Bücher über die Französische Revolution Mehr als ein Jahr nach dem Beginn einer empathischen Korrespondenz Treffen sich Emma und Georg am 6. November 1842 auf seiner Lesereise in Berlin Georg hat die republikanisch-modisch langen Haare vor der Deutschlandreise stutzen lassen Trägt Schnurrbart Sehr attraktiv Das ist Emma aber auch Permanent leicht gerötete Wangen Ein hübsches, liebliches Gesicht Das jedoch von jetzt auf gleich grimmig dreinschauen kann Selbst beim freundlichsten Lächeln scheint sie eine ironisch-schelmische Distanz zu wahren Hinter den Augen lauert Intelligenz, die sich besonders der sozialen Frage widmet Emmas Losung Amor la venir Vive la République démocratique et sociale Herweg lässt schon kurz nach ihrem Kennenlernen wissen Das Mädchen ist noch rabiater als ich Und ein Republikaner von der ersten Sorte Sechs Wochen nach seinem Kölner Besuch bei der Rheinischen Zeitung teilt Herweg Marx mit Zeitungen in ganz Deutschland berichten von Emmas Verlobung mit Herweg, dem Star Im Frühjahr 1843, vor der Ausweisung noch, kommt Emma nach Zürich zu Georg Am 8. März heiraten sie Mit dem Brautführer Bakunin fahren sie in der Kutsche bei romantischem Schneegestöber zur Kirche Im April 1848 wird es eine schrammelige Kutsche und die Flucht durch einen Kugelhagel sein Im Moment aber sind es Worte und Ideen, die durch die Luft zischen Wir wollen zeigen, schreibt Emma, was zwei Leute können, die zu derselben Fahne schwören Noch schöner, wir wollen vereint die Blitze in die Welt schleudern Ach, und ich will ihnen beweisen, was eine Frau tun kann Auch Emma ist eine deutsche Pionierin der Demokratie und der Emanzipation Sie ist in Vergessenheit geraten, genauer, wurde aus der Geschichte gelöscht Ein Schicksal, das sie mit tausenden der ersten deutschen Demokratinnen teilt Erinnert sich die heutige Bundesrepublik an die frühen Demokraten, und das tut sie sehr selten Sind es die Revolutionäre, nicht die Revolutionärinnen Dabei gibt es sie in großer Zahl Mathilde Annecke, Luise Asten, Malwilda von Meisenburg, Luise Otto Peters, Johanna Kinkel, Luise Dittmar, Nahida Sturmhöfel, Ida von Hahn-Hahn, Luise Büchner, Henriette Obermüller, Katinka Zitz-Harlein, Fanny Lehwald, Lucy Lenz oder Clotilde Koch-Gonthardt, um ein paar wenige zu nennen Sie alle erheben sich gegen ihre Rechtlosigkeit Die Teilnahme der Frauen an den Interessen des Staates ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht Stellt Luise Otto Peters 1842 in den sächsischen Vaterlandsblättern heraus In denen ihr progressiver Herausgeber, Robert Blum, die Frage nach der Stellung der Frau in Gesellschaft und Staat aufgeworfen hat De facto war Frauen jedes Recht jedweden politischen Engagements vorenthalten So können sie auch 1848 keine offiziellen Rollen spielen, weder in staatlichen Funktionen noch in Parlamenten oder sonst wo Dennoch prägen sie die revolutionäre Bewegung wesentlich mit Blum, Herwig und vor allem Struwe engagieren sich für ihre Rechte Die große Mehrheit selbst der allerfortschrittlichsten jedoch weniger oder gar nicht Die meisten der progressiven Männer, die Entrechtungen sowie gesellschaftliche Diskriminierung 1848 klar sehen Registrieren die völlige Entrechtung der Frau nicht einmal im Ansatz Hecker beispielsweise spendiert den Frauen in seinem Buch Die Erhebung des Volkes in Baden für die Deutsche Republik 1848 zwar warme Worte Die Frauen und Mädchen zeigten sich mutiger und begeisterter als die Männer Manchen, der nachher zu uns stieß, trieben die Frauen und Mädchen mit ihren Vorwürfen Dass es feige sei, uns im Stiche zu lassen und daheim zu sitzen Während wir die Freiheit erstreben wollten zu den Waffen Noch im Lob pflegt Hecker aber das alte Frauenbild Frauen nur als Motivatorinnen für die Männer? Noch extremer formuliert es ein Redakteur der republikanischen Zeitschrift Lokomotive Mitten im Fortschrittsjahr 1848 schreibt er Ihr Weiber wollt an Urwalen teilhaben? Die Antwort? Ich würde sagen, ihr seid noch nicht reif Wenn ich euch überhaupt für fähig hielte, reif zu werden Ich würde sagen, ehe ihr euch von den Männern emanzipieren wollt Müsst ihr euch zuerst von euren Schwächen und Gebrechlichkeiten freimachen Wenn dies nicht gerade eure Wesenheit bildet Der Redakteur spielt auf die weitverbreitete, von Philosophen konstruierte Annahme Einer angeblichen prinzipiellen weiblichen Denkunfähigkeit an Ihr liebt mehr als ihr denkt Und schwärmt mehr als ihr urteilt Solche absurden Auffassungen Kontert Amalie Struwe Hätten die Männer erfunden, um Die Frauen stets in Unterwürfigkeit und Knechtschaft zu halten Alle aufgeklärten Männer hingegen wüssten Dass ohne eine vollständige Gleichberechtigung mit den Männern Ein Land nie und nimmer wahrhaft frei genannt werden könne Im September 1843 fliehen die blitzeschleudernden Herwegs nach Paris zurück Dieses Mal wird der Aufenthalt bis Juli 1849 dauern Mit einer Unterbrechung im April 1848 Eine Unterbrechung, die in die deutsche Geschichte eingeht Die Herwegs wohnen in der Rue Barbette de Jouy Kindermädchen inklusive Als sie ankommen, lebt die alte Bande sofort auf Emma eröffnet einen eigenen Salon Und alle kommen vorbei Der liberale russische Graf und Grundbesitzer Leo Tolstoi Erklärt Marx eines Abends, er würde gerne seine Güter veräußern Um den Erlös der Sache der Revolution zukommen zu lassen Die, hoffen sie alle inständig, doch nun bald endlich kommen werde Es muss doch irgendwo wieder einmal Feuer fangen Fleht Georg Herweg in einem Brief Tatsächlich riecht es ab Mitte der 1840er nach Revolution Herwegs Verlegerfreund Fröbel veröffentlicht passend eine ganz frue Schrift des Philosophen Johann Gottlieb Fichte Zurückforderung der Denkfreiheit, vor dessen deutsch-konservativen Wende verfasst Dort postuliert Fichte Unerhörtes Ein Menschenrecht auf Revolution Ein Revolutionsgrundrecht? Das grundlegender und gültiger ist als kodiertes Recht? Ein Menschenrecht, eine despotische Herrschaft? Ein System der Unfreiheit zu stürzen? Das hat kein Deutscher vor Fichte zu denken gewagt Damit ist ein neuralgisches Thema für das Deutsche 1848 angestimmt Fast keine andere Frage beschäftigt das Gros der Oppositionellen wie die, auf welche juristische Weise man überhaupt einen Umsturz legitimieren kann, auch wenn er dem Guten dient Lässt sich eine Revolution gesetzestreu aus dem bestehenden System heraus vollziehen und begründen? Eine absurde und zudem sehr deutsche Frage, meinen die meisten Demokraten Ein kasuistisches Dilemma, das Vorparlament und Parlament, beide vollbepackt mit Juristen, endlos beschäftigen wird Mit einem konkreten juristischen Fall hat es eine weitere wichtige demokratische Gestalt zu tun Die Emma und Georg im Dezember 1845 im Exil kennenlernen Ferdinand Lassalle, einer der späteren Gründungsväter der Sozialdemokratie Vor dem Treffen mit Herwig lernt Lassalle rasch noch ein Gedicht auswendig Doch wahrscheinlich wird er mit dem Kopf ganz woanders sein Denn der damals 20-Jährige ist in eine verrückte Sache verwickelt Gerade hat er in Berlin die viel ältere Sophie Gräfin von Hatzfeld kennengelernt, ist zu ihrem Vertrauten geworden Es ist die Gräfin, in deren Haus die Herwegs in Paris wohnen und wo Emma den Salon abhält 1822, die Gräfin ist erst 17 gewesen, hat man sie zwangsverheiratet mit dem Fürsten von Hatzfeld-Wildenburg, ihrem 40 Jahre älteren Cousin Seitdem versucht sie, von dem Tyrannen wegzukommen, der nichts tut, als sie, sein hübsches Eigentum zu demütigen Sie will die Scheidung, praktisch eine Unmöglichkeit für Frauen damals Was auch die Autorin Luise Aston zu spüren bekommt, die ihren eigenen Fall zu einem kämpferischen Buch macht Das 1847 erscheint und andere Frauen beflügelt Da ist bei den Hatzfeld-Wildenburgs der Rosenkrieg schon in vollem Gange, der die vielleicht erste richtige Klatschberichterstattung über den deutschen Hochadel lostritt Der Fürst verklagt seine Frau, will sie gerichtlich fertig machen LaSalle, der sich eilig in die Rechtswissenschaften eingearbeitet hat, vertritt sie ab 1846, und zwar vor 36 Gerichten Über neun Jahre hinweg inklusive sechs Monaten Untersuchungshaft für den engagierten Anwalt 1854 werden sie den Fall mit einem guten Vergleich gewinnen Doch jetzt, im Februar 1848, hängt man LaSalle erstmal den Diebstahl einer Kassette mit Dokumenten an Er wird in Paris verhaftet Bis August kann er die Revolution bloß aus der Haft verfolgen Sie hören Die Flamme der Freiheit Die deutsche Revolution 1848-1849 Von Jörg Bong Unter redaktioneller Mitarbeit von Simon Elson Gelesen von Temo Weissschnur Ein Hörbuch des Argon Verlags Gelesen von Temo Weissschnur Gelesen von Temo Weissschnur